willkommen zurück auf mein kanal dennis hier a.k.a frank ist auch aus hamburg top ten verführerische düfte so das sind immer noch dürfte oder das sind die dürfte die frauen um den verstand sie die sie bringen durch es ist nicht ganz übertrieben wirklich es sind also die dürfte da wird auch einer bei sein wo ihr euch fragt tatsächlich ja und ich erzähle euch dann natürlich warum aber dazu gleich bevor aber das alles passiert und bevor ich die vorstellen drückt die glocke und abonniert mein kanal für die neuen dann verpasst ihr natürlich keine videos mehr so wie dieses weil es ist echt nice und wir fangen gleich mal mit den ersten an und der erste ist boss bottle intense ja könnt auch das normale boss bottle leben boss bottle funktioniert einfach frauen mögen diesen duft und nicht jeder oder nicht jede sorry frau riecht gleich boss bottle und findet den einfach nach und das sind fans ich finde das schade früher wurde das dass das oder perfum intense das auto toilet damit fing es an wurde eingestellt dann das perfum jetzt es ist wirklich so ein mäuse meck und traurig aber das ist die vollendung von boss bottle sehr geil wie die vintage version fast und ja der apfelkuchen apfel und vanille absolut nice und ja ein sehr sehr geiler duft immer noch und ich glaube dass wir da einfach bleiben so und jetzt kommen wir zum nächsten und der nächste ist von glöhn long ideal kann ja das können ich habe das schon gefeiert ich wiederhole das ich habe stelle den ja auch schon lange vor ich habe mir schon gefeiert wurde noch nicht jeder mochte weil da hieß es immer das ist nichts besonderes und jetzt hat dem eingestellt worden ist aber es gibt noch ohne ende restbestände feiern den so viele ich habe auch noch ich muss muss ich sagen muss back up verkommen sagen weil das ist der lieblings duft meiner frau wenn ich den trage und dann ist endstationen endeffekt und da muss ich aufpassen wenn ich in der nähe bin oder beziehungsweise wenn meine frau in der nähe ist wenn ich den trage das ist wirklich so also sie liebt diesen duft es ist einfach zitrisch wird jetzt mal das bild einblenden zu diesem duft das passt wirklich das ist wieder so ein ding frauen mögen so eine dürfte frisch zitrisch eigentlich auch natürlich dusch geduld das ist jetzt kein dusch geduld aber geil hier wie gesagt zitrisch die mandeln im hintergrund sehr sehr nice wie gesagt guck mal da gibt es ohne ende noch restbestände sehr geiler duft sondern nächste kommt von 15 mali und ist percival so und da haben wir ihn da haben wir den sogenannten duschgeld duft der vereint jetzt aber auch wirklich alles vier blöde chanel zur wasch und eigenständig und das ist in endeffekt ich sag ja immer der duschgeld duft schlechthin cremig dazu und im büro überall egal welche jahreszeit dieser duft funktioniert immer selbst im club und so ihr oder in den bars strand was dieser duft funktioniert und der ist nicht schwach sehr geiler duft percival von par 5 mali so der nächste ist ja das ist der doof wo wir jetzt viele sagen wir hätten was ja louis vuitton nova mond warum lieben diesen duft oder warum lieben die frauen diesen duft erst mal ist sehr stark ja das ist leder so und es gibt ja so einige die meinen leder dürften funktionieren nicht aber dieser duft ja also erstens richter wie eine louis vuitton handtasche damit fängt schon an und wie die stores und frauen mögen das eben vor allem diese handtaschen und deswegen kommt dieser duft gut an da bekommt ihr komplimente für viele sagen ja oder würden mich jetzt wieder fragen wahrscheinlich beantworte das gleich braucht man diesen duft wenn man ombre nomad hat ja braucht man mal ombre nomad hat utrin ist noch stärker ist geht in die andere richtung wenn ihr die ich weiß nicht warum so viele den vergleich immer haben die sind die sich nicht wirklich ähnlich vielleicht wenn man riecht aber drauf auf der haut und so weiter nicht wirklich und deswegen ist er also no moment und auch ein ombre nomad sollte man auf jeden fall in der sammlung haben wenn man louis vuitton dürfte haben möchte die beiden definitiv von dieser marke oder point ne also der funktioniert weil wie gesagt riecht wie die handtasche und wie so ein louis vuitton store das mögen frauen und der zieht wirklich der geht gut so der nächste ist cremig iris und einer der besten designer dürfte dies überhaupt jemals gegeben hat die aktuelle version sollen nicht so gut sein weiß ich nicht manche sagen ja man zu sagen nein ist auch völlig unwichtig der duft ist ja so geblieben und zwar valentino omo intense das ist ein duft wie schon gesagt dieses also ist es klar das ist jetzt kein durch geht dürfte aber diesen duft verfallen die frauen das ist aber auch nicht also ich glaube nicht mal frauen nur dass dieser duft ist ein ein das ist der ist himmlisch dieser durch das ist einfach einmalig nice und was was die da kreiert haben das gibt es so schnell nicht mehr offen designer markt oder mainstream bereich wie auch immer hammer geiler duft oder nächste ist ja ich bekomme für diesen duft kombinente er kommt an und die frauen lieben diesen duft er ist manchmal extrem synthetisch man macht oder man kann ihn nicht immer tragen und zwar ist es weil von yves son die ingwer note hier drin und überhaupt jetzt sprüche wieder und das jetzt kommt gleich diese extreme synthetische nach stechen synthetisch aber dieser durch wenn ich den trage und ich kriege komplimente dafür und die frauen das weiß ich auch von kumpels die mögen diesen duft und dieser duft kommt an ich möchte aber einst mal kurz vorweg sagen es ist natürlich auch das optische und etc wie der wie man auftritt und so weiter also nicht nur dürfte das muss auch mal erwähnt sein weil ich kriege so viele nachrichten oder manchmal also einige nachrichten ja ich bekomme für diesen duft ja gar keine komplimente das ist ja wie man auftritt was man an hat wie man optisch aussieht wenn du dann natürlich hin rennst wie so ein bauer und bei der alten oder bei der frau sorry denn da kannst du egal was für ein duft tragen das bringt ja nichts so und deswegen haupt natürlich ist geruch ist für viele frauen natürlich schon logischerweise wichtig und deswegen kommt wirklich sehr sehr gut an so der nächste ja naxos naxos er bekommt nicht die meisten komplimente also sucht von frauen aber ich bekomme für diesen duft allgemein sehr viel komplimente honig tabak etc einer der geilsten dürfte oder es ist im endeffekt mein lieblings duft der wurde jetzt von einen überholt aber was heißt das ist das ist das ist so schwierig weil er ist so gut es sind ganz oben die beide oder eigentlich noch einer und tatsächlich kommen die gleich noch die beiden weil es eben funktioniert und das ist so ein traum nach das habe ich schon gefeiert bevor überhaupt den jemand ich habe dir vorgestellt bevor den schien die bevor den irgendjemand gefeiert habe ich diesen duft gefeiert weil es ist geil und wer für leute die jetzt fragen warum das so dunkel ist das ist die erst auflage und ja da ist die flüssigkeit erhält auch ewig und 15 stunden super ausstrahlung sie haben also eigentlich bistnot naxos ist einfach ein muss so es kommt der nächste ja quid aventus er funktioniert einfach bei frauen noch egal ob brauche ich nicht rauchig und was auch immer ob ananas oder nicht anders aber da ist ja noch anders drin und trotzdem ja es ist einfach es ist einfach aber wenn das aber ich hätte vielleicht nicht die naxos vorspringen soll weil ganz ehrlich das ist das was ich immer sage zu dieser marke macht den endlich stärker richtig stark macht man bis gut aussehen dürfen noch mal vernünftigen wieder ein quid so ich mache ihn trotzdem noch nicht das und ich habe auch noch nicht alte version von 215 aber leute ich bitte euch endlich mal rein und endlich mal was machen nicht nur geld abkassieren sondern was machen denn läuft noch wieder besser weil irgendwann gehen alle nur noch zu den dubs aber die dna schafft eben kein du wirklich so absolut drei dosenöffner definitiv funktioniert frauen stehen auf diesem duft so der vorletzte bei vielen ich sage euch das gleich bei vielen männern funktioniert er nicht bei mir ja das ist so und zwar das war der erste signatur du von mir und es ist immer noch also der erste signatur ich habe jetzt ganz lange sie ganz seit zig jahren schon dürfte aber dass die rom parfüm war der killer schlechthin er hat alles weggeräumt diese rose ihres leder beast mode das auch von anfang an erst auf live weiß nicht ob der jetzt schlechter ist kriegt ihr glaube ich nur noch bei dior holt ihn einer der besten dürfte auf der welt ist so kein joke wenn man natürlich das mag ist der geschmackssache so für den märkten naxus vielleicht auch nicht wenn ihr aber sowas mögt dann ist es einer der besten auf der welt der funktioniert auch bei vorne aber nicht so früh sprühen weil dann merkt die frau schon zehn meter vor euch ihr kommt weil der duft ist hammer stark so und zu guter letzt kommt der duft der naxus abgelöst hat von profumo roma aquari zucker ja das ist ein traum duft von einer traum marke wird den unten verlinken holt den duft auch da ich wiederhole das ist ein kleiner store die marke ist die sauberste marke mit in game die kriegt ihr nämlich so günstiger immer gleich und deswegen da kriegt ihr eine super beratung schaut wirklich mal dort vorbei und holt euch da profumo roma und auch die anderen dürfte es werden noch einige dürfte von dieser marke meiner sammlung wandern das ist einfach ein haus aus italien ein familienunternehmen deswegen feiere ich das auch so und es ist nice diese orangenblüte waldfrucht und vanille ist da drin also waldfrucht vanille orangenblüte mehr nicht absolut gleich beast mode in allen belangen ihr könnt wenn ihr ein paar film wenn die ein paar film ein quatsch wenn ihr dieses parfüm aufsprüht und das t-shirt einfach hinlegen und vergisst ihr könnt das nach einer woche anziehen das riecht als wenn ihr das gerade aufgesprüht habt hammer geil viel ölanteil drin hammer geile dürfte absolut 1a und dieser geruch ich liebe ja profumo roma ja das waren meine top ten verführerische dürfte für die frauen beziehungsweise das verdreht nach den frauen den kopf und das sind wirklich teste diese dürfte kauft euch diese dürfte einfach genial einfach hammer geile dürfte also leute haut rein und macht's gut und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.